Hi liebe Zuschauer und willkommen auf meinem YouTube-Kanal und es geht los mit einem neuen Film und zwar kurz vor Jahreswechsel. Und zwar geht es nämlich genau um dieses Thema zum Jahreswechsel. Wird nämlich Adobe diese Credits einführen, beziehungsweise eigentlich sind sie schon eingeführt, aber ab 01.01.2024 wird sich da nochmal gravierend etwas ändern. Das steht auch bei Adobe auf der Webseite, da kommen wir gleich mal zu. Also es geht um folgende Themen, was sind überhaupt diese Generative Credits, also diese generativen Kredite, die wir bekommen. Wer bekommt die überhaupt und bekommen wir die irgendwie inklusive und wenn ja, wer bekommt die inklusive, wie viel habe ich denn davon und wo finde ich denn, wie viel ich schon verbrauche und wie viel ich da noch übrig habe. Auch das zeige ich euch heute, ab wann wird denn genau überhaupt abgerechnet, was diese Credits angeht, weil es tut sich da auf jeden Fall schon was. Man sieht schon, da geht ein Zähler runter. Ich zeige euch gleich auch an Beispielen, wie wir das sehen können. Ja und dann stellt sich ja noch die Frage, müssen wir jetzt für jede Anwendung, die wir in KI irgendwas in Photoshop machen oder wo auch immer in welchem Programm wir gerade in Adobe unterwegs sind, müssen wir da jetzt jedes Mal ein Credit abgeben und wenn ja, wie viele? Auch das wird Thema von diesem Film sein. Ja und dann ist natürlich auch noch die große Frage, die auch schon länger rum geht. Was ist denn mit dieser Auflösung los, wenn wir mit KI arbeiten? Ja, die Auflösung, die wir da haben, 1024 mal 1024 Pixel, die reicht grundsätzlich nicht aus, um irgendetwas Vernünftiges damit zu machen. Dann ist das wirklich noch Spielerei meiner Ansicht nach und ändert sich da was und was passiert dann mit den Credits? Ja, auch dazu werde ich heute was sagen. Ja und dann nochmal ein ganz großes Thema, Preisentwicklung bei Adobe. Auch da hat sich ja seit dem 01.11.2023 etwas geändert und die große Frage ist, müssen wir das denn jetzt eigentlich alle bezahlen oder sind da vielleicht auch welche dabei? Also Abonnenten, die gar keine Preiserhöhung erlebt haben. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe insgesamt drei Abos und ich zahle kein Geld mehr jetzt pro Monat und auch dazu werde ich euch gleich noch was zu erzählen. Also wir gehen jetzt nach meinem Intro sofort los an meinem Monitor. Bis gleich. Ja Leute, was sind denn überhaupt Generative Credits, also generative Kredite? Hier steht, ich lese es einfach mal vor, mit diesen Generative Credits kannst du generative KI-Funktionen einsetzen, die von Firefly in den Anwendungen unterstützt werden, für die du Nutzungsrechte hast. Die Zahl der Generative Credits wird jeden Monat zurückgesetzt. Also da haben wir eigentlich schon zwei Fragen, die wir in einem Satz beantwortet bekommen haben. Die erste Frage, was sind das denn überhaupt? Ja, also für alles das, was wir in Photoshop oder direkt bei Firefly mit der KI, mit der Künstlichen Intelligenz erschaffen. Also wir fangen mit Firefly an. Angenommen, wir erstellen uns einen Text und wollen daraus ein Bild generieren. Oder auch, wenn wir einen Text generieren, ja, also eine Schrift generieren, ja, also auch das ist ein Kredit, der dann abgezogen wird. Und, ähm, also alles, was wir direkt in Firefly machen, ja, Text zu Bild oder eine Schrift generieren, ähm, oder auch generatives Füllen direkt in der Firefly-Anwendung, ja. So, und alles, was wir in Photoshop mit der generativen Füllung oder mit der generativen Erweiterung machen, äh, wird auch ein Kredit fällig. Und zwar können wir hier mal schauen, wenn wir mal weiter runter scrollen. Ich bin hier bei Adobe direkt, ja, also das ist wirklich aus erster Hand hier und zuletzt aktualisiert am 15. November 2023. Und wir können, wenn wir mal weiter hier runter scrollen, ganz genau sehen, wie viele Kredite für was, für welche Anwendungen wir die dann abgezogen bekommen, ja. Wenn wir in Adobe Photoshop zum Beispiel eine generative Füllung durchführen, bekommen wir einen Kredit abgezogen. Für das Erweitern ebenfalls. Wenn wir das in Adobe Express machen, ja, das ist ja die webbasierte Anwendung von Adobe, um da auch halt entsprechende Dinge zu machen, da habe ich im letzten Film schon mal was erzählt, ähm, dann ist das genau das Gleiche für das Füllen oder auch für Text zu Bildern. generieren, dann bekommen wir hierfür zum Beispiel jeweils ein Kredit abgezogen, aber wenn wir zum Beispiel Text zu Vorlage in der Beta-Version, äh, etwas durchführen in der KI, dann sind das Null Kredite. Für einen begrenzten Zeitraum allerdings. Weitere Informationen findest du hier nach dem 1. Januar 2024. Da gehe ich jetzt auch nochmal hier hoch. Hier steht nämlich ein wichtiger Hinweis. Für kurze Zeit gibt es für kostenpflichtige Creative Cloud, beziehungsweise Adobe Firefly oder Adobe Express und Adobe Stock Abos keine Limits in Hinblick auf generative Credits. Wenn du erfahren möchtest, wann Credits Grenzen gelten, schau nach dem 1. Januar hier wieder vorbei. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Ich glaube allerdings nicht, dass direkt ab 1. Januar hier auf einmal drin steht, so ab sofort wird das jetzt so und so gemacht. Ab sofort habt ihr so und so viele Kredite frei oder wie auch immer. Also, dass sie dann wirklich punktgenau dann abgerechnet werden. Wie viele Kredite wir übrigens haben. Da komme ich das gleich zu. Das kann man nämlich jetzt schon sehen. Aber das ist gleich der nächste Punkt. So, also ab dem 1. Januar wird sich eventuell hier was ändern. Dann müssen wir wirklich hier nochmal reinschauen. Werde ich mit Sicherheit direkt im Januar irgendwann dann machen, dass ich hier nochmal nachschaue, wie geht es denn jetzt hier eigentlich weiter. So, wir scrollen jetzt hier nochmal runter. Und also egal, wo wir jetzt hier drin irgendwas machen, im Bereich generative Füllung oder Erweiterung wird uns auf jeden Fall immer ein Kredit abgezogen. Und zwar betrifft das also immer Standardbilder bis zu 2000 mal 2000 Pixel. Wir haben hier jetzt aktuell das Problem, dass wenn wir in Photoshop generativ füllen oder generativ Erweiterungen durchführen, dass wir immer eine Pixelbegrenzung haben. Und das steht jetzt hier auch nochmal, wenn wir zum Beispiel hier die Kredit-Nutzungsgebühren gelten für Standardbilder mit bis zu 2000 mal 2000 Pixel. Um die oben aufgeführten Nutzungsgebühren zu erhalten, musst du die neueste Version der Software verwenden. Die Nutzungsgebühren können variieren. Die Abos können sich ändern. Also hier ist alles noch so ein bisschen offen. Adobe gibt auf jeden Fall hier an, dass in der Auflösung sich noch was ändern wird. Also zum Beispiel, wenn wir eine Text- zur Bildbearbeitung machen, zum Beispiel hier in Firefly dann entsprechend, dann wird auch in Zukunft eine höhere Auflösung möglich sein. Allerdings werden wir dann mit Sicherheit hier in diesem Bereich wieder etwas dazu bekommen. Denn wenn wir zum Beispiel ein generatives Erweitern durchführen würden und wir haben jetzt ein Bild von meinetwegen 6000 mal 4000 Pixel und wir möchten das jetzt halt der Auflösung des Bildes erweitern, dann werden wir mit Sicherheit nicht nur ein Kredit verbrauchen, sondern, ja, ich gehe davon aus, wenn wir hier von 2000 mal 2000 Pixel sprechen und wir meinetwegen ein 6 mal 4000 großes Bild haben, dass wir vielleicht zwei oder drei Kredite abgezogen bekommen. Ja, also so wird sich das, denke ich mal, im Laufe des Januars irgendwann ändern. Da gehe ich jetzt schwer von aus. Also hier kann man noch nicht zu 100% sicher sein, wie es jetzt ab Januar weitergeht. Aktuell ist es definitiv so, dass wir keine Kreditgrenzen haben, allerdings auch die Auflösung ja noch sehr gering ist. Aktuell noch. Das wird sich aber, wie gesagt, ändern. So, und das ist ja dann auch schon die Antwort auf meine dritte Frage, die ich vorhin ja schon angekündigt habe. Ab wann wird genau abgerechnet? Ja, das wird sich dann hieraus resultieren. Ab Januar müssen wir hier nochmal vorbeischauen und gucken, wie es dann genau gemacht wird. Das kann man jetzt noch nicht zu 100% sagen, aber wie ich es ja gerade schon gesagt habe, ich gehe davon aus, wenn dann die größere Auflösung da sein wird und ich gehe auch davon aus, dass genau davon abhängt, sobald die größere Auflösung möglich ist, werden wir hier auch genau wissen, wie viele Kredite für welche Anwendungen verbraucht werden. So, und jetzt kommen wir doch mal auf die Frage, wo kann ich das hin jetzt eigentlich ganz genau sehen? Ja, und zwar, wenn wir jetzt mal, ich habe jetzt die Seite schon geöffnet, aber ich zeige euch jetzt mal, wie ihr hinkommt. Ihr geht jetzt hier auf eure Creative Cloud und dann geht ihr hier mal oben auf euer Thumbnail und dann geht ihr auf Adobe Konto. So, wenn ihr da mal draufklickt, dann kommt ihr genau hier hin. Ja, das Fenster hatte ich eigentlich schon geöffnet und dann haben wir hier oben unser kleines Thumbnail, ganz hier oben. Nicht hier, da könnt ihr nicht draufklicken, aber hier oben auf das Kleine. Wenn ich hier draufklicke, zack, und jetzt sehen wir hier schon monatliche Kreativ oder Creative Credits. So, ich habe 1243 aktuell noch von 1275 Credits. Und hier steht auch in Kleingedruck nochmal, wenn dir deine Credits ausgehen, kannst du für begrenzte Zeit ohne zusätzliche Kosten weitere oder weiterhin Inhalte erstellen. Allerdings, wenn wir dann hier nochmal, da gehe ich jetzt nicht großartig nochmal drauf, ich sage euch das jetzt. Aktuell ist es jetzt dann noch so, dass ihr dann trotzdem weiterhin daran arbeiten könnt und die Credits, beziehungsweise die KI nutzen könnt. Allerdings würde dann die Entstehung eurer Erweiterung oder wie auch immer etwas länger dauern. Also der Rechenprozess würde länger dauern, als wenn ihr das über eure Credits macht. So ist das jetzt aktuell bei Adobe geschrieben. Aber auch da, denke ich mal, wird sich in Zukunft auch noch was tun. Aber das ist jetzt der aktuelle Stand. Und wie gesagt, hier können wir jetzt genau sehen, wie viele Kredite wir noch haben und wie viel wir eigentlich haben. Also 1275 ist der aktuelle Credit Stand, den wir mitgeliefert bekommen. Ihr seht schon, dass ich hier drei Abos habe. Ich habe einmal Adobe Stock. Dann habe ich die Creative Cloud Foto Abo. Oder das Abo. Allerdings ist das bei mir relativ teuer. 35,69 Euro. So teuer ist ja das Foto Abo eigentlich gar nicht. Bei mir ist es so teuer, weil ich 3 Terabyte Speicherplatz bei Adobe habe. Ja, und dann habe ich hier noch diese 3D-Kollektion hier. Und jetzt seht ihr auch mal meine Preise. Ich mache da kein Geheimnis draus. Ja, also ich habe schon relativ hohe monatliche Kosten dadurch. Aber ich arbeite auch wirklich regelmäßig damit. Und ja, da können wir eigentlich jetzt mal vorspringen. Eigentlich wollte ich das als letztes Thema machen. Aber ich werde das Ganze jetzt nochmal vorziehen. Und zwar zum Thema Preisentwicklung. Ja, wenn wir jetzt schon einmal hier sind und ihr könnt jetzt hier sehen, dass ich hier diese Preise habe. Deswegen ziehe ich das jetzt mal vor. Ich gehe jetzt hier mal auf Rechnungsverlauf. Nehmen wir jetzt mal hier das erste direkt. Und ihr seht, dass zu dem gesamten Jahr 2023 jetzt im November und Dezember sich bei mir hier nichts getan hat. Ja, ich bin immer noch bei dem gleichen Preis. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Und das Gleiche habe ich auch bei meinen beiden anderen Abos. Also auch bei meinem Foto-Abo habe ich immer noch 35,69 Euro. So wie vorher auch. Und hier 47 Euro für die Substance 3D-Kollektion. Da gehen wir jetzt mal auf die Preisentwicklung. Und wir können nämlich jetzt hier ganz genau sehen, für wen ändern sich jetzt eigentlich die Preise. Und ehrlich gesagt, Leute, ich kann es nicht so ganz verstehen, dass Adobe da jetzt hergeht und die verschiedenen Abonnenten jetzt da irgendwie verschiedenartig behandelt. Keine Ahnung. Ich habe da keine Begründung für. Ja, und Adobe geht also tatsächlich her und sagt ganz klar, also ab 1. November 2023 ändern sich die Preise. Und ich habe euch ja gerade gezeigt, bei mir hat sich da nichts geändert. Denn, ja, häufig gestellte Fragen. Welche Preisänderungen gibt es bei den Creative Cloud Plänen für Einzelanwender und alle Apps? So, und es ist jetzt tatsächlich so, dass die Leute, die die komplette Creative Cloud mit allen Applikationen haben, dass wir jetzt hier in der unteren Kategorie sind, das Creative Cloud Abo für Einzelanwender mit allen Applikationen umfasst, jetzt generative Credits, Adobe Express und Adobe Firefly. Okay, das ist ja jetzt schon länger so. Aber, ja, wenn ihr jährlich zahlt, beziehungsweise, nein, ihr habt ein jährliches Abo für ein Jahr abgeschlossen, zahlt aber monatlich, dann zahlt ihr 4,50 Euro im Monat in Zukunft mehr. Also jetzt 66,45 Euro. Wenn ihr ein Monatsabo habt, also das monatlich kündigen könnt und natürlich dann auch monatlich zahlt, dann wird das sogar noch teurer. 7 Euro teurer als vorher auf 99,67. Und wenn ihr jährlich vorauszahlt, dann hat sich das Ganze jetzt um 54 Euro fürs gesamte Jahr erhöht auf 767,84 Euro. Das finde ich schon allerhand. Muss ich ganz ehrlich sagen, denn, ja, die Leute, die jetzt das komplette Abo abgeschlossen haben mit allen Applikationen, ja, ne, hier unten sind wir ja, ne, so, dass die jetzt damit bestraft werden, dass die jetzt mehr zahlen müssen, das muss ich jetzt nicht verstehen. Ich könnte es jetzt noch verstehen, wenn Leute hergehen und sagen, hey, ich schließe nur eine Einzelanwendung ab. Also, angenommen, ich habe jetzt nur Photoshop oder nur, keine Ahnung, Illustrator oder so, installiert. Sonst brauche ich alles nichts. Dass die vielleicht mal 2 Euro mehr jetzt bezahlen, ja, aber im Gegensatz zu den Leuten, die wirklich alle Applikationen gebucht haben, ja, das erschließt sich mir nicht, diese Logik, aber okay. Ich will euch ja jetzt nur erst mal zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Also hier, wenn du eine Einzelanwendung installiert hast, zahlst du jetzt, wenn du ein jährliches Abo hast und monatlich bezahlst, 2 Euro mehr im Monat. Wenn du ein Monatsabbo hast und monatlich zahlst, logischerweise dann 3 Euro und wenn du jährlich vorauszahlst, zahlst du 26 Euro mehr, aufs ganze Jahr gesehen, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich jetzt festgestellt habe, dass ich da nicht mit runterzähle, welche Pläne sind davon ausgenommen, von dieser Preiserhöhung. Und da finden wir unser ganz normaler Creative Cloud Fotoplan, also unser Foto-Abo. Also das betrifft ja wahrscheinlich sehr viele Zuschauer von meinem Kanal. Ihr werdet ja jetzt auch wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass ihr keine Preiserhöhung erlebt habt. Und das Gleiche betrifft natürlich dann auch so Schüler und Studierende, Azubis, also dieses Sonder-Abo halt für diese Rubrik hier. Die zahlen auch nicht mehr. Aber jetzt zum Beispiel, ich will jetzt hier nicht alles vorlesen, aber zum Beispiel hier meine Adobe Substance 3D-Pläne, die sind auch nicht erhöht worden. Genauso wie mein Adobe Stock-Konto, ja, hier unten Adobe Stock-Pläne, sind ausgenommen von der Preisänderung. Heißt also für mich, ich habe jetzt nichts von der Preisänderung mitbekommen und habe trotzdem meine Credits zur Verfügung. Und hier sehen wir auch noch mal so die Länder, wo das jetzt überhaupt in Kraft tritt. Ja, gut, da wird wahrscheinlich alles drin sein. Keine Ahnung, ob da irgendwas von ausgeschlossen ist, aber wir finden natürlich auch Deutschland hier. Also wir sind auch von dieser Preiserhöhung betroffen. Ja, das grundsätzlich erstmal zu dieser Preisanpassung. Jetzt hat Adobe also auch reingeschrieben, warum ist denn überhaupt der Preis verändert worden? Ja, es hat einfach was damit zu tun. Hier steht sogar, warum ändert sich der Preis für meine Creative Cloud-Abo? Es hat einfach alles hier mit Adobe Firefly und so zu tun. Ja, also dass das alles jetzt auf KI-Basis hier so entwickelt wurde und ja, diese ganze Geschichte, das hat viel, viel Rechenpower, was da drauf geht. Und ja, von daher gesehen, wurde dann einfach mal irgendwann gesagt, jetzt müssen wir die Preise anpassen, weil KI eben eine sehr rechenintensive Geschichte ist. Gut, okay, dann werden wir das Ganze jetzt auch hier schließen und wir gehen jetzt mal auf das Nächste. Und zwar habe ich euch ja jetzt gerade mal gezeigt, hier 1243 Credits habe ich noch und jetzt machen wir mal folgendes, weil die große Frage ist ja jetzt auch, das habe ich ja euch jetzt auch gerade schon gesagt, dass das noch kommen wird gleich, müssen wir jetzt für alles, was mit KI zu tun hat, jetzt irgendwelche Credits bezahlen, ja, das würde ja ganz schnell am Ende des Limits sein, aber nein, ich kann euch versprechen, das ist nicht der Fall. Wir gehen jetzt mal hier in Photoshop. So, und jetzt habt ihr ja gerade gesehen, bei mir standen hinten die 43. So, und jetzt gehen wir mal her, wir machen jetzt mal eine KI-Sache, nämlich ein generatives Erweitern, nämlich auf das Zuschneiden-Werkzeug gehe, ich gehe hier oben auf Generatives Erweitern. Ganz wichtig, wenn ihr hier oben zum Beispiel Inhaltsbasiertes Füllen macht, das ist da nicht mit drin, da wird kein Kredit für abgezogen. Aber machen wir das jetzt so, mit generativen Erweitern, das läuft ja dann über diese Firefly KI, und ich mache das jetzt hier einfach mal, sage OK, und Leute, ihr könnt das sofort sehen, es wird sofort ein Kredit abgezogen. Jetzt gehen wir mal wieder hier auf meinen Safari-Rechner. Jetzt steht es hier noch, 1243, ich muss jetzt einmal aktualisieren, ich gehe jetzt mal auf aktualisieren, also ich lasse die Seite einfach nochmal neu laden, und geht es hier um, nochmal auf mein Thumbnail, und jetzt steht hier 1242. Also, es funktioniert tatsächlich alles schon, ein Kredit ist abgezogen worden. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt um meinen Photoshop, und wir sagen jetzt, ich möchte das Bild neu berechnen lassen, also ich möchte eine Vergrößerung haben, das Doppelte, dann haben wir ja hier unsere Filter zum Beispiel, und wir gehen jetzt hier auf unseren Neurofilters, und ich würde jetzt sagen, auf KI-Basis lasse ich jetzt hier den Super-Zoomer drüber laufen. Ja, machen wir jetzt einfach mal, ja, ich möchte das einmal vergrößern, also Zoom zweifach ist ja auch eine KI, und, jetzt wird hier erstmal gerechnet, ja, ich kann es eigentlich kurz machen, eigentlich müssen wir jetzt nicht so lange warten, bis das hier berechnet ist, dafür wird euch kein Kredit abgezogen. Ja, ich breche das jetzt mal ab hier, uninteressant, das dauert jetzt zu lange, ich möchte den Film nicht zu lang machen, also für solche Sachen zum Beispiel, wie ist euch kein Kredit abgezogen, oder, wenn ihr hier unten auf euer Entfernenwerkzeug geht, ist ja auch auf KI die ganze Geschichte aufgebaut, auch wenn ihr jetzt hier mit diesem Werkzeug hier, Entfernenwerkzeug, ich lege mal jetzt hier eine neue Ebene an, und ich würde jetzt hier sagen, ich möchte jetzt das Fenster hier wegretuschieren, oder wie auch immer, und sage, das Werkzeug kann nicht verwendet werden, da das Bild transparent ist, ja klar, logisch, ich habe hier nicht auf alle Ebenen geklickt, so, also machen wir das Ganze nochmal, und, zack, ich lasse los, dann müsste das Fenster weg sein, das hat nicht so gut geklappt, hier die ganze Geschichte, mit KI wäre es wahrscheinlich, also mit dieser Firefly-KI, wäre es wahrscheinlich wesentlich besser gegangen, aber auch das hat jetzt nicht dazu geführt, ja, dass wir jetzt hier, ja, einen Kredit abgezogen bekommen haben, ich werde hier nochmal die Seite aktualisieren, und, gehen wir hier drauf, hier steht immer noch die gleiche Zahl, ja, also da kann ich euch beruhigen, es betrifft wirklich nur, das was ich euch gerade gezeigt habe, hier, nämlich generatives Füllen, generatives Erweitern, Text zu Bild, direkt in Firefly, zum Beispiel die ganze Geschichte, ja, oder generatives Füllen, hier in Firefly, oder Texteffekte, ah, wartet mal hier, Texteffekte, Null Kredits für einen begrenzten Zeitraum, weitere Informationen findest du hier nach dem 1. Januar, also aktuell, ja, ist ja klar, aktuell ist ja jetzt auch tatsächlich immer noch so, hier oben dürfte jetzt eigentlich auch eine Null stehen, weil das können wir jetzt auch noch alles, nutzen, also wir kriegen zwar einen Kredit abgezogen, aber Ende offen ja trotzdem, aktuell noch, ja, könnten sie hier eigentlich auch die 1 hinschreiben, ne, so, also, ähm, das zu dem Thema, also euch werden jetzt nicht für alle KI-Aktionen, die wir jetzt irgendwas in Photoshop machen, irgendwas abgezogen, von daher gesehen, wenn wir überlegen, 1275 waren es glaube ich, Kredite, ähm, ich weiß nicht, kommt man da dran, ich würde sagen nein, weil so oft generiere ich keinen Text zu einem Bild, oder retuschiere irgendwas mit KI weg, also jetzt mit dem generativen Füllen, oder erweitere mein Bild, also bestimmt nicht 1275 Mal im Monat, von daher gesehen, eigentlich habe ich jetzt als Foto-Abo, ähm, Kandidat hier keinerlei Nachteile, ich zahle zum einen nicht mehr, und zum anderen kann ich die Kredite, insgesamt 1275 im Monat, würde ich sagen, gar nicht ausgeben, beziehungsweise nicht ausgeben, sondern nicht verbrauchen, und, ähm, ich hoffe nur für mich, dass die Auflösung, sprich, einfach besser wird, ja, hier kann man irgendwo lesen, dass Adobe wirklich dabei ist, das Ganze wegen der Auflösung hier noch zu verändern, also hier wird man auf jeden Fall, ich denke, so vielleicht im Januar schon, eine höhere Auflösung erzielen, sowohl, sowohl in Photoshop, als auch direkt in Firefly, die Kredite, diese Credits, die bekommt ihr immer wieder zum ersten Tag eures neun Monats, je nachdem, wann ihr euer Abo abgeschlossen habt, meinetwegen, hier steht es auch als Beispiel, wenn das Abo beispielsweise am 15. des Monats beginnt, werden die Kredite auch am 15. jedes Monat verlängert, ja, eigentlich eine ganz einfache Antwort auf eine einfache Frage, ja, liebe Zuschauer, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe alles, was ich euch anfangs gezeigt habe, jetzt hier mal beschrieben und beantwortet und ich hoffe, ich habe da so ein bisschen Licht reingebracht, wir müssen jetzt tatsächlich hier erstmal bis 1. Januar warten, was Adobe da jetzt noch entscheidet, sie sind wirklich noch in der Findungsphase, was das betrifft, ich glaube nicht, dass sich da jetzt noch gravierend was ändern wird, außer das mit der Auflösung und hier mit diesen Anzahlen der Kredite, da könnte sich dann teilweise noch was verändern, wenn wir halt was in der größeren Auflösung machen wollen, dann werden wir hier mit Sicherheit noch so Zahlen finden, wie 2 oder 3 Kredite, so könnte ich mir das vorstellen. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder, das ist mein letzter Film in diesem Jahr und ich hoffe, euch hat mein neues Format so gefallen, wie ich das gemacht habe, ich habe halt wirklich immer sehr lange Videos gemacht, weil ich am Anfang diesen riesen Vorspann hatte, wo ich da noch in der Kamera reingesprochen habe, habe ich zwar jetzt auch gemacht, aber der Film beginnt sozusagen schon direkt mit meiner Begrüßung und ihr könnt schon direkt visuell sehen, um was es in diesem Film geht. Das soll in Zukunft mein neues Format sein, mit meinem neuen Intro, auch kurz und bündig, nur noch 5 Sekunden, damit das alles ein bisschen mehr fluppt hier auf meinem Kanal. Und an der Stelle nochmal ein Appell an euch, mit einem Abo, mit einem Daumen hoch und auch mal mit ein paar Kommentaren, unterstützt hier meinen Kanal, ich beantworte auch wirklich jeden Kommentar wirklich persönlich, solange ich es noch kann und ja, so könnt ihr wirklich meinen Kanal unterstützen, ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Ich habe auch jetzt mittlerweile einen englischen Kanal, Fotomakers Tutorials, Englisch für alle die, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und ich würde mich auch freuen, dass wenn ihr der deutschen Sprache mächtig seid und euch meinen Kanal hier anschaut, dass ihr vielleicht da mal hinswitcht auf meinen Kanal, den findet ihr unten in der Videobeschreibung und da auch vielleicht mal ein Abo hinterlasst, dann würdet ihr diesen Kanal entsprechend mit unterstützen. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Film wieder. Einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Bis dann.